Jetzt geht's ab Lauf, lauf Jody Beeil dich Wir müssen hier weg Lass mich los Denk doch mal an dein eigenes Leben und verpiss dich So Wollang? Oh Wir werden alle drauf gehen Ich kann sie von aus gehen Muss wir hier lang, oder? Dreieck Mach ich Lauf, Jody Wow Zum Glück hatten wir das CI-Programm Ja, 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 ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke Das U-Boot ist weg War eine schon abgeholt Da ist er Oder Hast du gedacht, ich lass dich hier Endlich geht's ab Wuhu Party Time Ja, ich denke mal, es wird keiner überlebt haben Für uns sieht das schon scheiße aus Die Schockwelle hat den Antrieb zerstört Wir haben ein Leck Wir werden ertrinken Die Oberfläche ist nicht weit Vielleicht schaffen wir es lebend bis hoch Ja Klingt nach einem vernünftigen Plan Was anderes kann man nicht tun Wir haben einen Der muss uns helfen Wow, das war Action pur Aber mega geil Mega geil gemacht Alter Okay Komm, 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 komm Komm, 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 komm Komm, schon, Jody Streng dich an Und er mit Unterhemd Hm Ihm dürfte ja gar nicht kalt sein. Wo sind unsere Kameraden? Immer noch sauer auf mich. Äh, nein. Mir ist zu kalt, um sauer zu sein. Weißt du, ich hab dir das nie gesagt. Aber ich liebe dich, Jodie. Sarkastisch. Mitfühlend. Unter anderem Umständen wäre ich sehr bewegt. Ich wollte erst was weiß, falls wir hier drauf gehen. Gut. Also, was ist mit dir? Hä? Wie liebst du mich denn auch? Ich glaube, das tut sie sowieso. Ja, ich liebe dich, nein. Ich liebe ihn nicht, aber ich weiß oder glaube, sie tut ihn lieben. Küss mich. Oh, das bringt Wärme. So blau, wie die angelaufen sind. Wären wir auch mal abgeholt. Mal knickknackt. Das ist noch mehr Wärme. Oh, wie süß. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja. Guck mal, ob er immer noch so assi bleibt. Ach, guck mal, wer da ist. Da. Da drüben. Wir werden nicht sterben. Das ist doch mal schön. Drachenhöhle. Sie und Prozent der anderen Spieler haben diese Wege genommen. Agent 894732. Fast zu einfach. Noch was? Nein, gut. Im Verhör geredet. Ja, haben 54%. Ja, das andere ist halt nicht reden. Ich weiß nicht, was passiert, aber... Ja. Ich habe mir ja sowieso gedacht, dass wir sowieso alles da unten platt machen. Und dann sowieso keiner mehr weiß, was passiert ist. In Basis eingedrungenen Besitz ergriffen haben 91%. Wein verziehen haben 60%. In Basis eingedrungen 68%. Aus der Basis entkommen sind 57%. Wein, ich liebe dich gesagt. 69%. Ja. Haben mir das wohl viele gesagt. Geht's gut nach, Prinzessin. Ist Nathan okay? Dann sehe ich ihn dann wieder. Oh. Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit drei Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter. Viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Verständlich. Umdrehen. Oh, hier gefällt es mir aber nicht. Nicht gemütlich. Lieber andere Seite. Oh. War das seine Frau? Oder ist das seine Tochter? Gibt aus wie seine Tochter, aber. Sollen wir ihr folgen? Anscheinend. Aber hier kommen wir doch nicht raus, oder? Okay, er ist nicht da. Kommen wir hier raus. Da ist sie. Warum sagt sie denn nichts? Warum spricht sie nicht mit uns? Hallo? Wo? Warum erscheint sie uns? Klar können wir Geister sehen und alles, aber warum ist sie bei uns? Warum weiß sie das? Hat der Vater so viel geredet? Was geht jetzt da drinne ab? Sollen wir mal gucken? Was sind wir jetzt hier nicht? Diesen Raum kennen wir doch, oder? Haben wir hier nicht damals noch gewartet? Mit der anderen Mutti und Jodie. Oh, er ist fertig. Ganz verständlich. Jodie. Was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Können wir den Fusel mal wegpacken? Ja, ich glaub, das wollte uns die Existenz zeigen. Wir sollen mit dem Papa mal sprechen. Gehen wir davon aus, dass es die Tochter war. Sieht ziemlich jung aus. Okay, andersrum. Und ab geht's. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Carol. Laura. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jodie. Bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Sie sind weg. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. Das ist hart. Aber er konnte noch mal mit ihm sprechen. Oder ihm zumindest zuhören. Oder ihm zumindest zuhören. Das können andere nicht. Aber ich glaub, deswegen ist er verrückt geworden. Und ist so gierig auf das Tor, wenn wir seine Tochter und seine Frau wieder zurückholen. Da ist er so scharf drauf. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der Kondensator in Katsistan wurde zerstört. Die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten. Und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Moment, hier die ganze Welt dem Untergang entgegensetzt. Und der sitzt da. Wollen wir mal mit dir sprechen. Wollen wir das mal tun. Können wir nicht ärgern? Können wir hier nicht irgendwelche... Ich glaube, ich... Ne. Ist nicht so viel Bonus oder sind wir zu dumm für diesen Bonus? Okay, weiter kann ich nicht. Dann wollen wir mal. Können wir ihn von hinten erschrecken? Ne. Leider nicht. Jo. Ironisch. Zynisch. McQuady. McQuad. Der Typ ist so ein zynisches Arschloch. Weißt du, es wäre für das ganze Land eine Wuhltat, wenn ich ihm Aiden auf den Hals schicken würde. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Gleichgültig bereuen, manipuliert. Bereuen. Ich hätte die Mission nicht annehmen sollen. Ich habe an nichts anderes gedacht als an meine Freiheit und das war dumm. Was wirst du jetzt tun? Normales Leben, Freunde. Wir haben... Wir fahren.